Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung, zu einer kleinen Debatte zu Neutralität, Frieden und Krieg. Und der Anlass ist natürlich klar. Am 26. Oktober 1955 hat Österreich seine immerwährende Neutralität beschlossen. Und 67 Jahre später biegen wir uns wieder in einem Europa, das im Krieg steht. Und in einem Österreich, dessen Neutralität schwer beschädigt ist. Wir besprechen heute, oder wir versuchen am Podium zu besprechen, wie dieses Erbe Österreichs aussehen kann in diesen sehr komplizierten Zeiten. Und vielleicht, wo die Hintergründe und der Kontext steht, wie der Kontext ausschaut im Konflikt in der Ukraine. Denn es ist so, dass der politmediale Komplex in Österreich eine eindeutige Parteinahme verlangt. Es ist eindeutig klar, wer der Aggressor in diesem Krieg ist und wer der Schuldiger ist. Es ist Russland. Und für Österreich dementsprechend relativ bekannt, dass die russische Föderation der Vortsetzungsstaat, dessen Staates ist, der die Neutralität von Österreich verlangt hat, damit dieses Land zur Unabhängigkeit kommt. Das Podium ist sehr groß, aber auch hochkarätig. Ich stelle euch kurz vor und bitte gleich die Teilnehmer am Gesamtamt zu versuchen, pointiert und kurz zu halten in den Formulierungen, damit auch alle zur Sprache kommen. Zu meiner Linken direkt Hannes Hofbauer, er ist Publizist und Verleger vom ProMedia Verlag. Einmal weiter Herr Leo Gabriel vom Weltsozialforum, Günter Greindl, UN-General Anno Domini. Rechts Willi Langdaller von Selbstbestimmtes Österreich. Heinz Mutzek von Respekt Plus. Hilter Kraml von der KPÖ. Und ein Widerweiter Bernd Muller von der Basis. Und ganz am Ende haben wir Gerhard Grobler, Friedensaktivist.